Na? Hey! Wie laufen die Studioaufnahmen? Bestimmt extrem seltsam, oder? Jetzt nach der ganzen Zeit mit den ganzen Auftritten auf einmal im Studio sitzen und arbeiten? Schon seltsam, oder? Ja, ist schon irgendwie seltsam. Hast recht. Vor allem, es klingt immer noch nicht so, wie ich es haben will. Alter, ist doch logisch. Überleg doch mal. Ist dir was aufgefallen? Du sitzt auf dem falschen Stuhl. Du sitzt auf dem Stuhl von dem Schlagsackspieler. Kein Wunder, dass das nichts wird. Glaub mir, wenn du in einem Studio arbeitest, in einem professionellen Musikstudio, dann brauchst du einen richtigen Tontechnikerstuhl. Ohne den klappt gar nichts. Na ja, der war halt irgendwie bequemer, und der andere war schon extrem abgenutzt. Hä? Abgenutzt? Na warte, ich zeig dir mal, wie ein richtiger Tontechnikerstuhl klingt. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Ta-ta, mit em. Hey Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Und dann würde ich mal sagen, haut ihn auf den Tisch oder auf den Stuhl, wie ihr wollt. Und dann sehen wir uns im Donnerstag wieder. Oder rein.